...de este célebre músico aún pervive en la precisión de las recetas utilizadas. Das Gratin Dauphinois ist ein klassisches Gericht aus Milch und Kartoffeln. Das echte Gratin Dauphinois wird nicht mit Käse zubereitet. Bestenfalls kommt noch etwas Schlagob. En la serie Musicalmente Culinario, Héctor Berlioz, Desde una vida de artista, miércoles, 21 horas.